Hallo zusammen, hier ist die Deutsche Land und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns freute ich euch heute wieder ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Quests und dann Dragonflight. Und hier haben wir den Erfolg Beherrschung der Portale. Für diesen müssen wir folgendes machen, schaltet alle uralten Portale auf den Dracheninseln frei. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Und ja, wo können wir das machen bzw. wie funktioniert das? Wir sind einmal hier unten in der Küste des Erwachens auf den Koordinaten 47, 90. Und hier ist so ein kleiner Turm und da können wir alle diese Portale einmal freischalten. Wir kriegen nämlich immer hier bei diesem kleinen Zwerg eine Quest, um ein weiteres Portal jeweils freizuschalten. Diese Quest bekommen wir immer ab bestimmten Ruhmstufen bei der Drachenschuppenexpedition. Losgehen tut das Ganze mit Ruhmstufe 7, da können wir hier die erste Quest bekommen. Und dann mit Ruhmstufe 8 kriegen wir das zweite Portal. Und das geht dann immer so weiter. Mit Ruhmstufe 10 haben wir das dritte Portal. Und dann schauen wir weiter. Oh, da war es gerade. Dann halt Stopp. Vierter Portal 15. Dann auf 17 haben wir das fünfte Portal. Dann das sechste Portal ist auf 20. Und auf 23 haben wir dann das letzte Portal. Heißt, wenn ihr auf Ruhmstufe 23 seid, habt ihr alle Portale frei. Wenn ihr vorher die Quests nicht gemacht habt, könnt ihr die alle gleichzeitig machen. Ihr könnt immer eins auswählen. Also es ist ganz normal, dass ihr alle Quests angezeigt kriegt. Ihr könnt dann immer eins auswählen. Und mit den Dingern können wir uns dann tatsächlich zu verschiedenen Punkten porten, sobald wir die Quests einmal erledigt haben. Ich habe jetzt gerade die letzte hier geholt. Und damit auch das H-Tief mit einmal fertig gemacht. Wie funktioniert das dann? Und dann, sobald wir diese ganzen Portalpunkte geholt haben, können wir uns dann auf verschiedene Orte hinporten. Und haben dann halt so ein kleines Reisenetzwerk zusätzlich noch. Ist eine ganz nette Angelegenheit. Und ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Ihr müsst einfach euren Ruhm ein bisschen hochspielen und dann immer diese Quests machen. Bei den Quests läuft es so. Ihr nehmt die Quest an, fliegt dann zu dem Ort, wo ihr euch hinporten wollt. Den seht ihr dann auf der Map. Aktiviert das Teil. Und dann könnt ihr euch zurückporten. Quest abgeben. Und ich habe das quasi aktiviert. Und das macht ihr halt achtmal, wenn ihr den Ruhm so weit oben habt. Und dann gibt es euer nettes Achievement. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Für die Leute, die jetzt noch interessieren, wie man die Drachenstuppenruf hochfarmt. Main-Story-Quest-Reihe machen. Side-Quests erledigen. Und dann könnt ihr hauptsächlich Kisten grinden. Und zwar gibt es einmal so Tokens, die ihr abgeben könnt. Jetzt schaue ich gerade mal, ob ich was im Moment habe. Genau. Dracheninsel-Artefakt schimpft sich das. Und das kriegt ihr aus diesen Expeditionspaketen raus. Und später könnt ihr dann auch noch magische Kisten aufmachen, sobald ihr ein bisschen höher seid, auf 16. Beziehungsweise wenn ihr euch Schaufeln holt, die zum Beispiel ein Schmied herstellen kann. Oder auch bei der Drachenschuppen-Expedition an sich gibt. Könnt ihr noch so bewegte Erde aufmachen. Da sind die Dinger auch drin. Und dann könnt ihr die in Massen abgeben. Beziehungsweise es gibt dann auch noch zwei Weekly-Quests hier in dem Lager, die euch auch den Ruhm ein bisschen erhöhen. Gut, das war es dann wirklich. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tschelha. Bis zum nächsten Mal. Ciao.